Es gibt super viele Sachen, die man machen kann, wenn man Jugendlicher ist, um die Jugendarbeit auch zu fördern. Und wir sind, woanders, ein Punkt zwischen Lophage und der Welt rund Lophage. Wir werden 2011 unsere Schwerpunkte weiterverfolgen, fröhliches Lernen, neue Medien, la formation professionelle und die Relation mit den Unternehmen, l'Integration und Egalität des Chances, l'Education Artistik und Kulturelle. Wir werden am 22. Januar die Kinderkiste präsentieren. Ende Juni 2011 ein großes Islamfestival. Der Deutsch-Französischen Praktik-Haken-Status entwickelt. Der Programm von Momentaria organisiert für die Koupe du Monde 2011, die Koupe du Monde Féminin 2011 in Fulbon. Ich wünsche Ihnen mehr Unterstützung von Ihren Regierung und die Zusammenarbeit mit allen Partnern in den Balkans. Es ist ein sehr guter Beispiel für uns als Balkans. Wir wünschen uns auch, dass für 2011 vor allem der Fokus auf europäische Integration beziehungsweise auf Begegnung mit dem Dritten mehr in dem Vordergrund steht. Ich wünsche den Jugendwerk und vor allem den Jugendlichen, dass sie noch mehr von den Projekten erfahren und noch mehr Projekte gemacht werden, damit dieser Austausch, der jetzt stattgefunden hat, die letzten vielen Jahre noch weiter intensiviert wird. Ein gutes Jahr 2011, ein gutes deutsch-französisches Jahr für die jungen Menschen in Deutschland und Frankreich, für alle unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Präs de 7000 Partnern sur le terrain, en France, en Allemagne, partout en Europe et aussi dans le monde. Das ist ein gutes deutsch-französisches Jahr 2011 werden. Happy New Year, be part of a fudge. Alles Gute auf a fudge. Bonne année noch fudge. Saisi on over a godina. Bonne année. Saisi on over a godina. Guten Rutsch. Bonne année. Saisi on over a godina. 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 Vielen Dank.